Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem traurigen Tag, einem Video, denn es lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht mehr, in diesem Land hier sich den Allerwertesten aufzureißen und zu arbeiten. Egal ob selbstständig, wie ich das bin, ab einem Angestelltenverhältnis oder auch sonst irgendetwas, wo man eine Leistung im Mittelstand in diesem Lande hier erbringt. Denn das dritte Entlastungspaket ist jetzt gekommen und hier werden sage und schreibe 65 Milliarden Euro für in die Hand genommen. Aber ich sehe das nicht in der Mittelschicht angekommen. Das könnt ihr gerne mal wertend in die Kommentare reinschreiben, wo ich da recht habe. Oder das zu sehr mit der selbstständigen oder überhaupt Angestelltenbrille zu sehen. Aber ich empfinde es wirklich so, dass diejenigen, die, und damit will ich keinem zu nahe treten, aber so ist es nun mal, die auf der faulen Haut liegen, ob sie das tun oder nicht, das machen bestimmt nicht alle. Keine Frage, aber manche schon davon, dass diejenigen gerade die meiste Unterstützung bekommen. Und wenn dann argumentiert wird, ja die brauchen ja die meiste Unterstützung, Olli, denen geht es ja am schlechtesten. Ja sorry, aber wie wird denn diese Party im Laufen gehalten? Richtig, von Personen wie mir, von Selbstständigen wie dem Fliesenleger, der ein, zwei Mitarbeiter hat, der sich dem Buckel wund arbeitet und bis zu 50 Prozent Steuern in diesem Land hier abdrückt. Und danach, wenn er das Geld dann ausgibt, kommt natürlich noch eine Mehrwertsteuer, CO2-Steuer etc. pp. Wir kennen diese Leier alles noch dazu. Und genauso natürlich die Angestellten im Mittelstand, die einfach exorbitante Steuerbeträge zu zahlen haben. Das passt nicht mehr zusammen. Dementsprechend, wir schauen jetzt mal rein, was wurde hier ganz genau beschlossen. Wir sehen hier unseren vergesslichen Bundeskanzler Olaf Scholz. Ampel will Strompreis für Basisverbrauch vergünstigen. Rentner bekommen einmalig 300 Euro und man sieht ja, was passiert, wenn wirklich viele kritische Stimmen in den freien Berichterstattungen, wie zum Beispiel hier bei YouTube, wie von mir und von anderen YouTubern, wirklich sehr, sehr stark forciert wird. Passiert doch irgendwie etwas. Also ein bisschen Einfluss haben wir auf die Politik, habe ich langsam das Gefühl. Und wir gucken jetzt ganz genau hier rein. Die Punkte des Entlastungspakets sind hier bei der Bild ganz schön übersichtlich dargestellt, wie ich finde. Und sie haben sich hier 22 Stunden beraten. Für diesen Schwachsinn brauchen die allen Ernstes 22 Stunden. Ich kann es mir nicht mehr. Also das ist unfassbar. Und nebenbei, als Vollständigkeit halber, 65 Milliarden, hatte ich gerade auch gesagt, das erste und zweite Belastungspaket, Entlastungspaket, der Freundschaftsversprecher, haben jeweils 15 Milliarden gekostet. Peanuts für das, wenn man es im Verhältnis sieht, was hier mit vollen Händen aus Deutschland rausgebuttert wird. Rentner erhalten zum 1. Dezember eine Einmalzahlung von 300 Euro, heißt es. Studenten bekommen einmalig 200 Euro. Hier steht es jetzt nicht bei. Ich gehe mal davon aus, dass es genauso wie bei den Selbstständigen oder auch Angestellten, also bei der arbeitenden Bevölkerung, versteuert werden muss. Super. Wie viel bleibt dir dann? Genau. Nix. Also nix ist übertrieben, aber nicht mehr sonderlich viel. Und garantiert zu wenig im Verhältnis dazu, was die Energiekosten doch jetzt mehr kosten. Denn Energie, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen abschweife, ist doch auch wirklich das wichtige Thema und das Stichwort hier an der Stelle. Denn man muss sich doch überlegen, dieser gesamte Plan, achtet mal drauf, ist nur eine Symptombehandlung, aber keine Ursachenbekämpfung. Eine Ursachenbekämpfung wäre, man setzt sich dorthin, okay, wir haben folgenden Plan, wir haben uns diese Eckpunkte gesetzt, das ist jetzt das Ziel und das werden wir über diese Möglichkeiten erreichen. AKW-Verlängerung, drei, die abgeschaltet werden sollen zum Ende des Jahres. Als zweiten Punkt gehen wir hin und bereits abgeschaltete AKWs werden wir wieder hochfahren. Weiterhin gehen wir hin und machen noch weiteren Ausbau von Kohleenergie, auch wenn das schwierig ist. Und so weiter und so fort. Aber nein, hier ist nichts der dergleichen passiert. Gar nichts. Nein, nein, nein. Ja, Kindergeld wird hier erhöht um satt 18 Euro ab dem Januar. Das wird dann noch nicht mal jetzt irgendwie erhöht, sondern erst ab Januar. Dann, wenn es den Leuten richtig schlecht geht. Außerdem wird der Höchstbetrag des Kinderzuschlages nochmal auf 250 Euro monatlich erhöht. Und man merkt einfach, was das für eine rote Politik ist. Das ist Sozialismus pur. Besonders, wenn wir gleich auch nochmal auf das sogenannte Bürgergeld eingehen. Also Hartz IV und bald kommendes Bürgergeld, was ja eingeführt wird. Dazu auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal das Video hier gucken, welches ich drüben am Olli-Investiert-Kanal vor einigen Tagen oder ein paar Wochen schon veröffentlicht habe. Bürgergeld, der Weg zur Abhängigkeit vom Staat, habe ich es genannt. Weil das ist meine Wahrnehmung bei diesem Thema. Geht nicht in diese Abhängigkeit, dass ihr sagt, ohne dieses Bürgergeld kann ich nicht mehr leben. Dann seid ihr nämlich zu 100.000 Prozent komplett abhängig vom Staat und müsst alles machen, was euch auferlegt wird. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr, die ich da sehe. Aber guckt euch dieses Video gerne nochmal an. Ich verlinke es euch auch zusätzlich nochmal unterhalb. Wenn wir uns das jetzt angucken, hier wird auch noch das Wohngeld hier reformiert, heißt es, dauerhafte Klimakomponente, dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten und so weiter. Also wieder ein Punkt, wo man sieht, ja sorry, aber es lohnt sich nicht, hier selber zu arbeiten und selber seine Miete zu bezahlen. Sondern du beantragst hier schön Hartz IV und zugleich das Wohngeld. Und versteht mich nicht falsch, ich will das nicht runterspielen. Ich weiß, einige hier Zuschauer sind auch in Hartz IV und ungewollt und kommen nicht mehr raus. Und das verstehe ich vollkommen, wie schlimm diese Situation sein muss. Gar keine Frage. Aber, dass eine solche Bevorteilung hier passiert, im Verhältnis zu der bearbeitenden Bevölkerung, ist einfach nicht fair. Und dann kommen wir noch direkt zum nächsten Punkt. Einführung des Bürgergelds, was ja für die nächste Zeit geplant ist. Und die Regelsätze sollen hier auf 500 Euro erhöht werden. Und jetzt rechnet euch das Ganze mal aus. Plus, du bekommst einen Heizkostenzuschlag hier, Heizkostenkomponente, Klimakomponente. Dann bekommst du ein Wohngeld dabei. Etc. pp., was vom Amt übernommen wird. Bei welchem Betrag lohnt es sich dann doch noch zu arbeiten, wenn du bedenkst, dass du als Arbeitsloser nicht zur Arbeit hinfahren musst, Sprit ausgeben musst, Kfz-Steuer bezahlst, ein Auto erstmal zur Verfügung stellen musst, also ein paar tausend Euro in die Hand nehmen musst, etc. pp. Dann natürlich auch noch keinen Tankrabatt bekommst oder ähnliches. Das lohnt sich doch einfach gar nicht mehr. Das ist doch die Krux an der Sache. Arbeit in diesem Land muss sich endlich wieder lohnen. Weiterer Punkt. Um eine Steuererhöhung aufgrund der Inflation zu verhindern, werden zum 1. Januar die Tarifeckwerte im Einkommenssteuertarif angepasst. Ja, wie da weißt du, so Eckwerte und hier eine Pauschale wird erhöht. Hier zum Beispiel der Arbeitnehmerpauschbetrag in der Einkommenssteuer wird von 200 auf 1200 Euro angehoben. Ich sehe weiterhin keinen einzigen Punkt, wo endlich gesagt wird, wir senken diese Steuer, diese Steuer wird gestrichen, das passiert, etc. pp. Dann sehen wir hier, auch für Pendler gibt es mehr. Nein, es wird einfach nur weniger geraubt. Man muss es sagen, wie es ist, Leute. So, und dann ist es nämlich so, ab dem 21. Kilometer gilt ja auch erst eine Pendlerpauschale, was ja auch eine Frechheit ist. Und für die einfache Fahrt, muss man ja dazu sagen. Und es befristet natürlich bis 2026. Komischerweise so eine CO2-Steuer ist nicht befristet. Nein, im Gegenteil, die wird jedes Jahr, auch nächstes Jahr, sukzessive erhöht. Von 35 auf sage und schreibe 38 Cent. Ja, super, ganz groß. Und hier, bei dem Bild, will ich gerade noch einen Gedanken äußern. Guckt mal, wer da alles drauf ist. Warum ist denn hier nicht ein Robert Habeck dabei, als Wirtschaftsminister? Hier wird von den Grünen Omid Nouripour als Grünen-Chef hingesetzt? Also das kann ich nicht nachvollziehen. Oder andere Aussage dazu? Das zeigt doch, wie viel Macht ein Grünen-Vorsitzender in diesem Land hier auch hat. Obwohl er nicht dafür zuständig ist und von unserer Bevölkerung, jetzt parteitechnisch, nicht gewählt wurde. Er wurde ja von seinen Parteikollegen gewählt. Ist auch ein ganz, ganz interessanter Punkt, den man auf dem Schirm haben sollte. Was da eigentlich abgeht, kannst du dir nicht vorstellen. Vergünstigung des Strompreises für Basisverbrauch. Künftig soll ein vergünstigter Preis gelten. Für einen zusätzlichen Verbrauch darüber hinaus wäre der Preis nicht begrenzt. Ja, super. Das heißt, der Staat gibt vor. So, du kannst jetzt, dann wird das genauso wie in dem Inflationswarenkorb berechnet. Du hast dann täglich ein Zeitfenster, kannst Wasser warm machen für 20 Sekunden. Dann darfst du kochen, so und so viele Minuten. Dann darfst du duschen, so und so lange. Und das wird ausgerechnet in diesem Basisverbrauch mit einem Fernseher und noch diesen, jenen und anderen Sachen zusammen. Und wenn du da drüber liegst, zahlst du normal, zahlst du mehr. Und sonst dann zahlst du halt ein bisschen vergünstigt. Also das ist purer Sozialismus, Leute. Das ist wirklich Big Brother pur. So, und dann weiterhin hier, bis Ende März 2024 gilt für den Gasverbrauch statt des normalen Steuersatzes 19% ermäßig das Steuersatz von 7%. Senkung tritt zum 1. Oktober in Kraft. Und darüber habe ich ja zahlreiche Videos gemacht, dass es trotzdem keine Ersparnis geben wird. Denn die Gasumlage ist ja so hoch, dass das komplett aufgefressen wird in Verbindung mit den gestiegenen Gaspreisen. Also ein absoluter Schwachsinn, der hier gemacht wird. Und anstatt hier auf massive Steuern, die auf solchen Energien sind, einfach darauf zu verzichten. Das wäre doch mal eine faire Sache. Aber das funktioniert in diesem Konzept einfach nicht, wenn man natürlich jetzt hingeht und sagt, wir stellen hier zur Verfügung 65 Milliarden. Wo die herkommen, wird auch nicht beantwortet. Ja, natürlich, richtig. Das kommt nämlich wieder aus der arbeitenden Bevölkerungsschicht. Das ist es, was mich so aufrechnet. Und dann ab 2023 im Januar wird die EEG-Umlage dauerhaft abgeschafft. Und Stromlieferanten müssen den Wegfall an die Kunden weitergeben, sodass alle Bürger davon profitieren. Ja, wir wissen ja, wie sowas abläuft. Dass sowas wieder mal nicht bei uns ankommt, sollte doch jedem mittlerweile klar sein. Nachfolger des neuen Euro-Tickets ist geplant. Genauso, wie ich es ja auch schon mehrfach gesagt habe, dass das bleiben wird oder wieder kommen wird zum Januar voraussichtlich. Allerdings hier zwischen 49 und 69 Euro. Von Tankrabatt, aktuelle Situation oder ähnliches, liest man hier gar nichts. Nein, der geneigte Dieselfahrer wird hier weiterhin zur Kasse gebeten, ob er es bezahlen kann oder nicht. Ist doch egal. Und ich lese es häufiger in den Kommentaren auch von euch, die unten schreiben, ich habe meinen Job gekündigt. Es lohnt sich nicht mehr. Ich habe es nur ausgerechnet. Es passt nicht mehr. Und da muss man wirklich sagen, ich kann es verstehen. Und das ist doch grausam. Das kann doch nicht sein. Das ist doch keine leistungsorientierte Gesellschaft, die wir dann hier noch haben. Bei der Welt sehen wir hier aber auch noch einen Punkt mit der Homeoffice-Pauschale, die hier bis auf Weiteres eingeführt wird. Und auch noch Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld. Über den 30. September hinaus wird das weiterhin gelten. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das würden wir auch benötigen insofern, dass zahlreiche weitere Unternehmen jetzt pleite gehen werden. Ich berichte im Olli-Reddit-Kanal sehr häufig darüber und im Olli-Investiert-Kanal ebenfalls so. Es ist komplett hinten bis vorne schwachsinnig gemacht und wird nicht dort ankommen bei den Leuten, die wirklich arbeiten. Und was ist die Folge daraus? Viele Leute werden den Job kündigen, werden einfach finanziell noch schlechter dastehen, werden in ihre Ersparnisse gehen. Wenn sie es nicht haben, werden sie auf der Straße sitzen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können oder das Essen nicht mehr bezahlen können. Wenn sie sich irgendwo Unterstützungsleistungen holen müssen, werden von dem Vermieter rausgeschmissen oder und es wird nur noch schlimmer. Dementsprechend schreibt eure Meinung rein. Ich bin raus. Komplett entsetzt. Bis zum nächsten. Danke und ciao.